Wenn wir uns jetzt also die aktuelle Entwicklung anschauen, Gepard-Flugabwehrpanzer sollen also grünes Licht zur Lieferung bekommen haben. Schwenkt damit vor allen Dingen der Kanzler auf die internationalen Forderungen, ein schweres Gerät an die Ukraine zu liefern? Der Kanzler hat ja immer gesagt, dass es ihm um eine Abstimmung mit anderen Geberländern geht und dass man nichts in Alleingängen macht. In diesem Kontext sehe ich das. Ich gehe davon aus, dass es Absprachen mit anderen Ländern gibt, in welcher Weise die einzelnen Länder nach ihren Möglichkeiten die Ukraine jetzt weiter unterstützen wollen. Ist das aber auch ein Signal, dass die Industrie jetzt diese Gepard-Flugabwehrpanzer, in dem Falle Krauss-Maffei-Wildmann, zur Verfügung stellt, dass es nicht aus Beständen der Bundeswehr kommt? Das Gleiche ist ja auch, was die 88 Leo I Kampfpanzer von Rheinmetall und die 100 Schützenpanzer Marder angeht. Also, dass die Bundeswehr dadurch eigentlich nicht belastet wird, sondern dass im Prinzip altes Gerät geliefert wird? Ja, das ist kein Signal. Das ist einfach den Notwendigkeiten geschuldet. Die Bundeswehr hat ja von allem, die Bundeswehr hat sehr viel, aber von allem immer nur wenig. Das heißt, sie kann viel, sie hat viele unterschiedliche Fähigkeiten, aber dafür braucht man eben Waffensysteme und von denen hat sie für jede einzelne Fähigkeit immer nur wenig. Das heißt, wenn sie davon was abgibt, dann ist schnell die ganze Fähigkeit verschwunden. Beispielsweise im Bereich der Artillerie, wo die deutsche Artillerie des Heeres mal gerade so etwa über 120 Geschütze verfügt. Davon kann man nicht allzu viel abgeben. Deswegen ist immer klar, wenn Deutschland überhaupt etwas liefern kann, dann muss das über die Industrie laufen. Und dass man hier relativ schnell verfügbar noch alte Systeme hat, die bei der Industrie noch vorrätig sind, das liegt auch in der Natur der Sache. Da muss man nichts neu bauen. Da kann man einfach die alten Geräte nehmen, die wieder einsatzbereit machen und dann könnte man sie auch liefern. Aber Herr Felgentreu, das ist doch nichts Neues. Wir haben Tag 62 des Ukraine-Krieges. Die Ukraine fordert seit Wochen schweres Gerät von der Bundesregierung. Und jetzt nur, weil US-Verteidigungsminister Austin nach Ramstein eingeladen hat, erklärt sich Verteidigungsministerin Lambrecht bereits tatsächlich zumindest erst mal die Gepard zu liefern? Ich sehe das als Teil eines sich weiterentwickelnden Diskussionsprozesses auch unter den Geberländern. Es war ja einfach nur folgerichtig und vernünftig, dass in einer ersten Phase, wenn es um die Lieferung schwerer Waffen geht, die alte sowjetische Technik aus NATO-Ländern geliefert wird, die früher einmal Mitglied des Warschauer Paktes waren. Denn das sind Waffensysteme, die sozusagen nahtlos in die Verteidigungsanstrengungen der ukrainischen Streitkräfte einfließen können, weil dafür keine weitere Ausbildung notwendig ist, weil auch keine neue Logistikkette aufgebaut werden muss. Die Ukraine hat Soldaten, die diese Geräte bedienen können. Sie hat Techniker, die sie warten können. Und es gibt Ersatzteile dafür. Bloß, die werden ja irgendwann aufgebraucht sein, wenn der Kampf mit dieser Intensität weitergeführt wird. Dann muss man sich Gedanken darüber machen, wie soll es danach weitergehen? Und auch das muss unter den Geberländern abgesprochen werden. Ich glaube, in der Phase sind wir jetzt. Aber warum tut ausgerechnet die SPD sich so schwer mit der Lieferung der schweren Waffen? Was wir da auch in den vergangenen Wochen gesehen haben, auch den Koalitionsknatsch. Also die Grünen, das war immer die Pazifistenpartei, die sprechen sich jetzt für die Lieferung von schweren Waffen aus. Genauso wie die FDP. Also hat die SPD tatsächlich eine Art Russland-Problem oder große Sorge, dass man die Folgen dann zu sehr spüren könnte? Also erklären Sie uns mal den Zustand der SPD in dieser Frage. Also ich glaube, dass Sorge zu haben in dieser Situation relativ normal und selbstverständlich ist. Ich habe Ihren Nachrichten zugehört mit Ihrem Korrespondenten in Moskau, dass man das alles sehr ernsthaft abwägt. Das finde ich jetzt einfach nur normal. Und man muss ja die Maßnahmen, die man trifft, auch ableiten aus den Zielen, die man vorher definiert. Ich glaube, dass es richtig ist, was der Bundeskanzler an seiner Pressekonferenz vor einer Woche gesagt hat, dass es darum geht, dass der Angriffskrieg nicht wieder zu einem normalen Mittel der Auseinandersetzung in Europa wird. Und die Gefahr ist natürlich sehr, sehr groß, wenn dieser Angriffskrieg erfolgreich ist. Das heißt, er darf nicht erfolgreich sein, er muss scheitern. Und dafür muss man der Ukraine helfen. Und das muss abbestimmt erfolgen. Und das ist aber ein komplexer Prozess, der auch so eine Zeit braucht. Ich glaube, wir sind da auf dem richtigen Weg. Herr Felgentreuer, aber wie ordnen Sie dann zum Beispiel die Äußerungen jetzt des russischen Außenministers Lavrov ein? Unverhohlen wirbt er oder warnt er vor einem Dritten Weltkrieg und sogar vor dem Einsatz von atomaren Waffen. Also wie muss man das sehen? Ist es nur Säbelrasseln oder wie ernst muss man das nehmen? Ich würde grundsätzlich immer dazu raten, Russland ernst zu nehmen. Ich glaube, das war in der Vergangenheit manchmal ein Fehler, wenn man Dinge, die an Drohungen oder an Szenarien aus Moskau gekommen sind, einfach nur als Rhetorik abgetan hat. Davor rate ich ab. Bloß die Frage ist, was für Konsequenzen zieht man daraus? Russland hat ja von Anfang an, als es diesen Krieg begonnen hat, als die russischen Soldaten in der Ukraine einmarschiert sind, von Anfang an immer auch sozusagen mit der nuklearen Option gedroht. Und diese nukleare Option kann aber doch die Ukraine nicht davon abhalten, sich zu verteidigen. Und sie kann doch eigentlich nicht dazu führen, dass der Rest der Welt sagt, ja gut, wenn ihr bereit seid, die atomare Keule zu schwingen, dann akzeptieren wir, dass ihr einen Angriffskrieg führt und ein anderes Land besetzt haltet. Der Westen verhält sich in dieser Frage absolut völkerrechtskonform. Er greift nicht in den Krieg ein, er unterstützt lediglich ein Land bei der Selbstverteidigung. Und ich glaube, an der Stelle kann man jetzt nur konstatieren, offensichtlich zeigen diese Hilfsmaßnahmen Wirkung. Und deswegen betont Moskau nochmal, dass es auch andere Möglichkeiten hätte, einen Sieg durchzusetzen. Die Frage ist, ob diese Drohung am Ende dann auch wirklich zu Entscheidungen im Gefecht führen würde. Ich glaube, die Grundsatzentscheidung der westlichen Mächte, der Ukraine in dieser schwierigen Situation Waffen zu liefern, ist richtig und sollte im Licht dieser Drohung nicht einfach rückgängig gemacht werden. Die Frage ist, ob diese Drohung nicht einfach rückgängig gemacht werden.